Diese niedlichen Primaten können dich mit einem giftigen Biss auseinandernehmen und dich mit Expressversand zu deinen Vorfahren schicken, also warte ab, während ich dir dieses ganze Chaos erkläre. Wenn du für einen Moment denkst, dass dieser Kerl niedlich und harmlos ist, solltest du wissen, dass er dich mit einem einzigen Biss in deine viel zu große Hackfresse in den Himmel schicken kann. Der Plumplori ist der einzige Primat, der sich in seiner Evolution gedacht hat, ich bin nicht gewalttätig genug, lass doch einfach ein Gift entwickeln, um jeden Hurensohn abzuschlachten, der mir auf die Eier geht. Er ist der einzige giftige Primat der Welt und man sollte nicht denken, dass er sich damit nur verteidigt. Plumploris verteilen den ganzen Tag über Bisse voller Gift, weil sie extrem territorial sind und keine hässlichen Individuen sehen wollen, die sie stören. Normalerweise ist es in der Tierwelt Männersache, sein Revier zu verteidigen, aber hier sind es alle. Babys, Weibchen, alle wollen Eindringlinge mit diesem hochgiftigen Saft vernichten. Und dieses Gift ist alles andere als schwach. Es kann beim Menschen unerträgliche Schmerzen im Brust und Unterleib, starke Übelkeit, Atembeschwerden und sogar den Tod verursachen. Andererseits werden Mädels, die aus welchem Grund auch immer, aufgespritzte Lippen lieben, die nach einem bis angeschwollenen Lippen gefallen, aber man kann daran sterben, also macht sowas auf eigene Gefahr.